es wird sich so wie lange wir schon aufnehmen ja du bist gerade aus skype aus ja aber das steht ja bei mir nirgends wie das steht bei dir nirgends ich nehm nur mit traps auf ganz normal bist du stark da guckt man einmal nicht hin aber nein was heißt pumpkin pumpkin bin pump king ja hast dich gehört pump king nicht pump pump king was wo ist der wolf hin ich hab knochen dabei seh nicht ne den kann man essen ja ja ganz sicher derp loll was loch fang mal wieder an in die richtung der heimat zu laufen heimat mission essen suchen ist gescheitert gescheitert hey weißt du was ich könnte mit bone meal unsere farm ein bisschen ins rollen bringen kannst du boosten genau stimmt haben wir ganz vergessen naja mach ich aber nicht ok ja lass lieber sterben ja ich hab schon wieder öl gefunden sich hier im wald oh alter ich wollte ja ja ich seh schon die apra hier seh schon die aprahams anrollen ey aprahams ja die wollen uns dann demokratisch anrollen ich werde sie verteidigen ich werde sie verteidigen mit forcefields und magnetizer ich hab ne muskete alter die kombi nicht wahr ja ich hab halt 50er kaliber muskete so ich hab halt 50er kaliber muskete toll wochen krieg ich hits ab ich will nicht hits haben mit papierkugeln 50er kvalierkaliber ja das sind halt dicke kugeln das sind halt dicke papierkugeln aus pappe ich sterb gleich nein nein skelett hilfe hilfe ich hab mich ins haum gebeamt scheiße nein ich will nicht sagen ich bin zu alt zum sterben nein 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 ein herz Tür auf Reiter wow nein ich hab mich einfach hier ins bett gebeamt durch die lücke draußen lol vielleicht ist das skelett vorhin auch so reingekommen wow baum auf ihn suddenly baum nein 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 das ist mal alles geil an ok was wollen wir mit der hand äh kannst du auch so essen was wechseln das alles weggefuttert jetzt ja klar ja klar du assi komm bring die farm mal ins rollen stimmt daisy miro wo mal das war eine runde stehen bin ich dass man eine runde pennen hier lol wo lieg ich what the fuck neben dem bett gell ich bin einfach normal eingestiegen Los, alleinsteigen! Alter Till, komm ran! Ja, wir wollen jetzt endlich abheben! Die Gate-Party geht los! Ich könnte jetzt was... Ne, mach ich nicht. So, ich mach mir jetzt hier heimlich... Mein Eisen, damit ihr mir das nicht weggehalten... Lef, pass auf deinen Arsch! Ja, komm jetzt! Ich komme nicht! Warum nicht? Hauptsache, wie schnell die Leute immer aggressiv werden! Ich werde nicht aggressiv! Geht schon, jetzt mach hinne! Der eine, der eine, ich hab so gesagt, gefragt ob Battle Eye auf dem Server an ist, weil es ein Privater ist. Und dann sagt der, ich will keine Crack oder Cheater auf dem Server. Dann frag ich ihn über, ob Plan hat, was er da labert. Und dann sagt der, ja, ich bin ein Vollhorst. Also ich, nicht er. Also, er ist der... Ich hab Plan davon, er ist, ich bin ein Vollhorst. Komm jetzt, Tilgt! Ja. Wir wollen endlich die Farm rollen lassen. Oh, jetzt ist Monster draußen, ich kann nicht pennen. Alter, bist du mich verarscht! Kann ich doch nichts führen. Es gibt erstmal Pflichtvergewaltigung. So, jetzt. Alter! Komm laut! Oh, Mann! Ich seh so wenig! Ja, ach! Ich nehme mal meinen Scheiß-Körbel-Kumpel! Das, 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 das ein, das ein Günther. Das ist ein Günther, ja. Das ist ein Günther, ja. Und denn? Lol, ich hab keine Muni! Lol! Ja! Alter, der kommt noch nicht mal zu mir und schießt schon! Scheiß-Günther! Immer diese Günther! Ja. Wie kommt man eigentlich in die Farm rein? Da ist eine Tür, die, äh, die nicht existiert. Hier! Einfach einen Block wegschlagen, da kannst du rein. Ist schon ein bisschen für mich gar nicht sein. Nö. Ich komm klar. Oh, die haben auch Farben. Ja, ich brauch einen, die haben auch Farben. Ja, die bringt's. Wir brauchen einen mit einer Ho! Ich hab eine, warte, ich komme. Oh, wir gar nicht. Doch! Ich guck mal! Oh, wie geil ich jetzt rein-schampe. So komm ich rein, Bitches! Alter, kriegst voll den jetzt aus. Ich, ich, ich hab die ganze Zeit bei mir spielen, hab ich den Mushroom auf. Ah, das ist gar kein Mushroom. Das ist ein Pumpkin-Fade. So ein Pilz auf dem Kopf. Ganz neu! Den Beatles! Ey! Die gehen immer wieder weg, wenn ich die da hinmach! Ja, ach! Das wäre der Sinn davon! Voll die Maschine! Voll die Maschine! Massenproduktion hier! Ja! Alter, wenn das ginge in real life! Stell's mir vor, wie Bauern einfach nur im Kreis rennen würden. Ja! Witzig! Komm ich mit deiner Hoe hier an und mach ich einen Kreis drumrum! Geh? Das reicht! Wir haben 20.000 jetzt! Oh, okay, toll! Das war's! Ich komm! Echt? Well! Ja, die helfen da nicht! Au! Du bist einfach zu schlecht, well! Du bist einfach zu dumm! Guckst dir an, du dumme Sau! Alter! Alter! Mein Fleisch und Blut! Nein! Eigentlich nur das! Das ist gar nicht mal dir! Alter, ich bring mich um! Hey, lass uns nicht zurück! Ich tu's! Mir doch egal! Ein Herz! Ist flöten gegangen! Hi! Hey! Hey, du gelbes Kopf! Lass mich! Hey! 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 Du dummes Kind! Lass das! Zerstörst die ganze Atmosphäre! Ich bin dumm! Ich höre ihn! Get in! Du zerstörst einfach die ganze Atmosphäre! Alter! Irgendjemand hat dir überall Sand hin gemacht! Okay! Hey! Meine... Meine Kiefermuskeln! Tun voll weh! Lass hier mal kurz einen anderen Raum reinbauen! Wo wir Truhen hinbauen und so! Oder ich... Jedenfalls ist das dann mein persönlicher Raum! Mach mal so, wenn ihr darauf keinen Bock habt! Jedenfalls brauche ich hier einen Raum mit irgendeiner Ruhe! Mit der normalen Holzfruhe! Alter! Bringt den jemand um! Jetzt blick ich's erst! Ich würd sagen, halt schön in Ruhe! Jetzt will ich! Raus! Alter, ich klaut mir alle meinen Sand! Hehehehe! Das ist ein Monk! Hey, das ist mein Zimmer! Da hab ich grad gegraben! Das ist echt egal! Es geht um Anspruch! Es ist irgendwie voll klein! Für drei Leute! Könntest du's nicht größer machen? Jetzt ist die Kiste kaputt! Hallo? Hab ich noch Output an die Außenwelt? Oh! Tja! Jetzt ist euer Zeug! Hey! Kiste ist leer! Kiste ist kaputt, würd ich mal sagen! Hallo! Warum könnt ihr da noch drauf zugreifen? Genau! Hey, das find ich jetzt nicht nett! Gut! Wollen wir jetzt mal aufhören mit der Aufnahme! Für heute! Heißkalt! Ja! Oh, wollen wir uns vorher ankündigen! Ich hab dir was darf gestohlen! Ja! Deswegen steht die Kiste nämlich auch leer! Mhm! War kein Bug! Ja, dann lass... Lass machen! Lass knacken! Aufhören! Erstmal? Ne, ich fress mich noch! Stirbt! Du weißt gar nicht mehr, wo jetzt die Dinge ist, gell? Äh, wir sollten noch was machen! Wir sollten... Zumindest wir sollten unsere Staff in irgendeine Kiste ablegen, weil vorhin hat's ja nicht, ne? Ja, aber nachher speichert die Kiste nicht! Ich weiß nicht, bist du da draufgegangen jetzt? Äh, das ist ein Kistenspeicherzimmer! Jemand Holz? Ich hab dein Zimmer versteckt, jetzt weißt du gar nicht mehr, wo's ist! Ja, ich hatte ja ein Zimmer mit ner Kiste! Äh, warum klippt der Hand an der Decke? Hey, unten muss Cleanstone hin! WTF! Da ist gar kein... Na, du klickst! Du Flumgast! Hey, lol, ich konnte grad welchen abbauen! Lol! Look at der Aufnahme! Genau, alles klar! Du kommst hier nicht rein! Ha! Ja, gut, ähm... Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen! Wir sehen uns in den nächsten Parts wieder und... ja... und so! Haut rein, lass knacken! Bis dahin! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!